Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute sind wir wieder mit Gefecht am Start. Ich spiele heute selber mein Kumpel immer noch neben mir. Aber heute werde ich mal versuchen meine Niederlage aus der letzten Folge von Vorherrschaft ein bisschen zu bewältigen. Man soll ja immer mit geringen Erwartungen in eine Partie gehen, aber es scheint gerade loszugehen, umso besser. Und das wir hier zumindest nicht ganz so verlieren wie im letzten Mal. Komm, schade. Ah, knappe Kiste. Ah, ich höre zu wenig. Der Ton ist zu leise. Ist egal. Das höre ich etwas mehr. Ich stelle es hier in die Blasterkanone. Na, knappe Kiste. Ah, okay. Das scheint wieder so zu... Es scheint wieder gar nicht gut zu werden. Aber es ist jetzt auch ganz einfach vorbei. An meine... Meine Konzentration ist jetzt erschöpft. Ich meine, das kann man jetzt nicht unbedingt dafür als Begründung nehmen, aber zumindest als kleine... Erlob... Ah, komm, wenn die ankommt, dann raste ich werfe hier meine Sachen durch die Ecke. Komm, wir holen ihn hier. Schade. Rittischen Assists, das ist doch mal was. Und wo wurde der jetzt geholt? Ich weiß es nicht. Infant... Ja, das ist gut. Das ist gut. Gut. Das stellen wir mal hier auf. Das könnte uns was bringen. Wenn dieses Geschütz schießt, schieße ich einfach auf. Ah, es ist okay. Es ist nicht gut. Aber wir sind nicht auf allzu schlechten Fahrten unterwegs hier. Oh, das war es wohl für mich. Ah! Thermaler Imploder wirft dann nicht weit genug. Ja, schade. Ja, das war mir mal ein Life Punch. Aber da sieht man, dass die Impuls kann... Oh, EE3 ist meine Lieblingswaffe. Zumindest bis, weil ich noch nicht die OP-Waffe schlechthin freigeschaltet habe. Jetzt rücken wir mal vor. Oh, ist das mein Blaster? Ne. Was ist meiner denn? Was ist meiner immer noch? Da ist meiner wohl weggespawned. Was? Sie haben... Ah, Zielschuss. Oh, Blaster. Oh, er hat alles upgrade. Er hat... Er hat alles upgrade. Ah. Oh. Das war eine Annäherungsbombe. Ähm... Komm. Komm, 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 komm. Wir holen hier... Wir holen... Wir holen hier mal was weg. So, ich bin... Habe man eine Konzentrations... Ich habe keine Konzentrationsfläche, aber ich bin einfach von man müde. Und leicht abgelenkt hier. Und noch von meinem Kumpel das jetzt nicht falsch verstehen. Irgendwann war ja auch und zu mal... Gackert! Und ähnliches. Ach man, die hatten wir doch gerade jetzt. Ja, ich kann immer noch nicht zielen. Ja, der Junge kann nicht zielen. Trotzdem nascht er ihn. Oh, das ist der Ionenschuss. Ich dachte immer mir... Ich war auf Scan-Impuls gepolt. Na gut. Vielleicht holen wir den damit weg. Wahrscheinlich nicht. Irgendwann bin ich E3. Ne, ah. Aber immerhin E3. Oh. Krass. Es geht in dieser Runde ganz gut voran. Es ist immer noch nicht krass. Aber... Es... Wird etwas besser. Wenn ich müsste jetzt einer kommen. Äh... Kritisch, kritisch, kritischer Zustand. Kritischer Zustand. Ja, okay. Wenn da jetzt jemand kommt, das wäre... Wenn ich ihn jetzt einen... Ja. Aufgebe. Ah, das wusste ich nicht. Vielleicht hätte ich den geholt. Flav. 19. Hier wird bestimmt irgendwas mal. Okay. Na, warum... Worum haben wir keinen Sprungpack? Scheiße. Nein. Ja. Ja. Ich dachte, der geht nicht... Durch. Wo habe ich die denn platziert? Sehr schön. Thermala. Na, das könnte eine knappe Kiste werden. Sehr schön. Ach komm. Ist doch sinnlos. Oh. Das ist niemand mehr. Ich habe noch einen geworfen. Wollte ich eigentlich. Ich habe noch einen Thermal... Detonator geworfen. Aber... Mir wurde das... Mir wurde das der Kill... Aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wo sind sie? Da. Wo, 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 wo? Oh, da werden wir... Ja, hat er mich. Ja. Ja, hat er mich. Ja. Das wäre auch glücklich gewesen. 11,9. So, damit verabschiede ich mich mit einer recht guten Runde. Ähm... Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront. Bis dann, Leute. Ciao.